Laura, im Moment kann ich Ihnen nicht mehr als mein Wort geben. Ich bin leitender Regierungsmitarbeiter im Bereich der Nachrichtendienste. Ich hoffe, es ist Ihnen klar, dass der Kontakt mit Ihnen ein extrem hohes Risiko darstellt. Fürs Erste sollen Sie wissen, jede Grenze, die Sie passieren, jeder Einkauf, jeder Anruf, den Sie machen, jeder Funkmast in Ihrer Nähe, jeder Kontakt zu Freunden, jede Website, die Sie besuchen, jede Betreffzeile, die Sie tippen, all das liegt in den Händen eines Systems, dessen Reichweite unbegrenzt, aber dessen Kontrolle begrenzt ist. Am Ende, wenn Sie das Material veröffentlichen, wird man mich vermutlich sofort damit in Verbindung bringen. Das Einzige, was ich erwarte, ist, dass Sie diese Informationen in Amerika an die Öffentlichkeit gelangen lassen. Danke und seien Sie vorsichtig, CitizenFo. Sorry, I don't know anything about you. Okay, I work for... Sorry, I don't know who you mean. Sorry, my name is Edward Snowden. I go by Ed. Edward Joseph Snowden is the full name. I go by Ed. And it will be the full name. I get to the vision of by Ed. Give me the vision of this. Okay, look at me! I take care of myself.